Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Legenden Arceus. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Äh, Jonas Auftrag. Dann mal los. Ich guck, dass ich mir jetzt zuerst einen Baumpel fang. Und wieder in der Ebene. Hallo. Na, bist du erschrocken? Natürlich bist du erschrocken. Schließlich habe ich dich überrascht. Hör mal gut her. Es gibt eine Geheimtechnik beim Fangen von Pokémon. Die geheime Konnte des Überraschungsmanövers. Wenn du von hinten ein Pokémon auf ein Pokémon wirfst und es am Rücken triffst, erschrickt es. Das erleichtert dir das Fangen und verschafft dir im Kampf gegen das Pokémon einen Vorteil. Okay, wenn ich dich von hinten treffe, dann habe ich einfach nur einen Vorteil. Okay. Okay. Ich will natürlich alle Pokémon sehen, ne? Der hat eine fantastische Anleitung für Pilze. Okay. Okay. Ich soll einen C-Pilz finden. Dann kriege ich irgendeinen Kühe, der mit Pilzen zu tun hat. Okay. Von hinten werfen. Dann habe ich einen Vorteil. Das heißt, ich will in das Gebüsch hier. Geschafft. Und ich habe meinen Baumpel. Am Rücken getroffen. Ja. Ich habe es überrumpelt. Das ist auch überhaupt nicht extrem, was ich hier mache. Windstoß. Tempotechnik. Aeroes. Besiegt. Und eine löschige Aprikoko dafür besiegt. Ne, bekommen. Genau, ich habe die Aprikoko besiegt. Nicht das Pokémon. Ich habe dir alle was falsch verstanden, Leute. Einfach das Scheidungsignoriert und weiter. Hallo? Ich will da lang. Ich bin ein Einsternmitglied. Keine Sorge. Du bist Jona, nehme ich an? Ja. Hey, hier sind wir. Das ist Scheidung. Oho, ein neues Gesicht. Aber das ist mir eine Leid, dass du hier bist. Heißt das, dass du mir helfen wirst? Richtig? Ich bin Jona, eine Wächterin des Diamant-Clans. Weißt du überhaupt, was es mit dem Wächtern und dem Diamant-Clans auf sich hat? Hm, bei Gelegenheit erzähle ich dir mehr dazu. Und in Tagen gibt es Wichtigeres. Und zwar eine Angelegenheit, die du von mir erledigen sollst. Deswegen will ich direkt zur Sache kommen. Traurigst du dir zu, deinen Pokémon kämpfen zu lassen? Natürlich. Natürlich. Gut. Der Kerl aus eurem Sicherheitstrupp hat sich an diesem Auftrag nämlich die Zähne ausgebissen. Das ist mein Partner, Momfaxo. Wir sind zusammen aufgewachsen. Daher sind wir wie Geschwister. Wir brauchen nicht solche albernen Bälle, um Seite an Seite zu kämpfen. Momfaxo. Er macht immer Waxen. Pokéball, los! Das war ja noch in keinem Ball. So. Ich muss auch mal eine Tempotechnik einsetzen. Mit ihm zumindest. Oh, Walzer. Ich muss sofort wechseln. Äh, kurz gucken. Wer von euch wäre hier gut? Darrelili wäre in Zentrips. Shinox hätte auch nichts davon. Bonita auch nicht. Ich kann nur Bamelin einsetzen. Was hat die Hübsen? Musste aufstoßen. Entschuldigung. Oh, eine Krafttechnik. Aua, was fällt dir ein, mich mit anzugreifen? Äh. Ja, das Problem mit Walzer ist, dass es halt mit jedem Angriff stärker wird. Ich probiere Donnerschock in der Hoffnung, es zu paralysieren. Komm. Ja, Paralyse. Los, Zeit für einen Kraftangriff. Und noch ein Pokémon-Rip. Hätte noch ein bisschen trainieren sollen. Eigentlich sollte Baut es jetzt hinrichten können. Okay, ich kann einmal Ruhe erst machen. Und dann kann ich mit Windstoß finishen. Natürlich in der Kraftversion. Ich merke übrigens, ich verdecke meine HP-Wert. Deswegen überlege ich mich auf die rechte Seite zu setzen, während Kämpfen. Aber das wäre ein bisschen aufwendig. Hm. Du musst einiges auf den Kasten haben, wenn du es mit Mampaxo aufnehmen kannst. Gut gekämpft, Mampaxo. Momf. Komm, lass mich deine Pokémon ein... Ach, danke. Ich muss keine Beleber nutzen. Ohne, hier. Ich habe auch noch was für dich. Hier gehört, dass die Expeditionsmitglieder aus Material in allerlei Sachen selbst hersteht. Vitalknospen. Danke. Du und deine Pokémon arbeitet wirklich hervorragend zusammen. Du erinnerst mich reggelig an den Helden, von dem mir als Kind immer erzählt wurde. Den Helden aus der alten Legende. Gut, ich habe mich entschieden. Ich werde dir den Auftrag überlassen. Es geht darum, das Elite-Pokémon zu besiegen, das auf der Geweih-Anhöhe für Ärgers hockt. Ein Elite-Pokémon ist ein großes, besonders furchteinflößendes Pokémon. Aber es wird dich doch nicht davon abhalten, zur Geweih-Anhöhe zu kommen, oder? Ich habe einen Anruf. Denn ein Kiosk-Forum scheint auf irgendwas zu reagieren. Zeigt dir dieses seltsame Ding etwa den Weg? Das ist ja eine höchst außergewöhnliche Karte. Gehört das auch zu den technischen Spielereien der Galaktik-Expedition? Da vorne liegt tatsächlich die Geweih-Anhöhe, so wie die Karte es zeigt. Gut, dann überlasse ich den Rest mal dir. Ich werde dann schon fertig. Kalop hat mir ja nur den Arsch, was so ist. Für einen neuen Linken im Forschungstopp hinterlässt du einen echt kompetenten Eindruck. Ja, ich bin der einzig kompetente Trainer hier weit und breit. Ich habe als einziger sechs Pokémon im Team. Ach ja, hast du eigentlich schon vom ehrwürdigen Sinnoh gehört? Und ob? So, so, zieh mal hinan. Aber wer weiß, ob du wirklich die wahre Geschichte erfahren hast. Ich erzähle dir am besten selbst noch einmal davon. Ach, okay. Das ehrwürdige Sinnoh herrscht über dem Fluss der Zeit und wird als Schöpfer des gesamten Universums gepriesen. Es ist ihm zu verdanken, dass Hisui entstand und nur dem Pokémon als Lebenraum dienen kann. Der Diamantclan hat den weiten Weg über das Meer auf sich genommen und sich hier in Hisui niedergelassen, um das ehrwürdige Sinnoh zu verehren. Ach stimmt, das ist da vorne der Kraterberg, oder? Leider hält sich das ehrwürdige Sinnoh seit Urheiltenzeiten versteckt. Man sagt, es würde sein Anzlitz so gut wie niemanden umfenbaren. Allerdings gibt es Pokémon, die noch eine Verbindung zu ihm haben. Um diese Pokémon kümmern sich Wächter und Wächterinnen wie ich. Eines dieser Pokémon lebt auf der Geweihanhöhe. Es ist Teil einer Blutlinie, die als mit dem Schutz des ehrwürdigen Sinnoh gesegnet wurde. Gehen wir zu ihm. Okay, Geweihanhöhe. Klar. Lässt sich einrichten. Ich kriege sich auch so gefangen. Hier geblieben! Ich sagte, hier geblieben. Ich weiß nicht, ob ich den gerade voller Kalle den Ball in den Nacken geworfen habe. Genickbruch incoming. Ich suche jetzt immer noch nach diesen Pilzen, ne? Ich hoffe, ich kann auf Pokémon irgendwie Galopper reiten später. Da ist eine Vitalknospe. Habe ja gerade eine bekommen, deswegen weiß ich ja, wie sie aussieht. Oh, da war ein Bumi drin. Ich denke mir nicht, dass Glut es Insel verrecken lässt. Wäre besser als Waumpel tatsächlich. Guck mal los! Schön, dass sie hier nur einmal hüpfen. Und ich habe eine Vitalknospe sogar dafür bekommen. Einsatz von Käfertrutz gesehen. Stimmt, das hat mich instant mit Käfertrutz angegriffen. Hat echt keine Zeit dafür verloren. Ich müsste eigentlich auch einmal gegen einen von euch kämpfen. Hier geblieben! Ich habe den Höhenvorteil. Hat nur Gewinn. Äh, los, Peckel! Mann, das Vieh soll kämpfen. Oh, es ist aggressiv. Nein, 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 nein! Ich wollte nur das Pokémon wechseln. Äh. Super, das ist jetzt nicht so eine Aufbesserung fürs Team. Aber ich muss ja die Liste vollkriegen. Also, los! Ei, Roas! Mach es fertig, Starlily! Aufwachen, du Schnarchen-Tüte! Warte mal, wäre es denn nicht schlau, wenn ich mich hinter denen immer positioniere? Ist offenbar egal. Sobat gefangen! Oh, ein Driftlon! Ein Ackershevis trifft, Lon! In den Rücken! Wasserdüse! Los, nochmal! Ich glaube, es ist schon geschwächt genug. Abs! Easy! So, und jetzt einen ernsthaften Kampf. Hat Konfusion auf mich eingesetzt? Nee, Hypnose! Ja, du bist eindeutig am schlafen. Es ist definitiv am schlafen, Leute. Wach auf! Ich sollte übrigens wirklich nicht bei meinem Pokémon stehen. Ich habe ja gerade eben deswegen schon einen abbekommen. Los geht's! Peace! Tja, daneben! So, jetzt machen wir es fertig! Beiß ist weg! Dafür kriege ich eine Schutzblume. Ich habe immer noch keinen von diesen Pilzen gefunden. Aber ich habe Holz gefunden. Wo brauche ich Holz? Zum Häuser bauen! Ja, ich weiß. Es gibt bessere Witze. Aber es gibt auch schlechtere. Sucht euch jetzt aus. Ich brauche mehr von den Schwerbälen. Das heißt, ich brauche auch mehr von den Apigocos. Da ist schon wieder eine komische Blume. Ätherkraut. Damit kann ich mir später Elfers herstellen. Oh! Okay, du bist aggressiv. Ich hätte ich mal Pikachu gebraucht. Wasserdüse. Ich hoffe, du hast Robustheit. So, einfach nur um zu prüfen. Bringt es mir was, hinter dem Gegner zu stehen? Nö. Aber ich habe einen kleinen Stein. Und da ist auch noch so eine Elferkraut. Das sollte ich mitnehmen. Einsatz vom Wasserdüse gesehen. Oh! Da ist definitiv ein Pokémon drunter. Ich sollte aber dringend mal meinen Bambalin erstmal heilen. So, was versteckt sich da drunter? Einen kleinen Stein. Ich wurde ebenso aufgeweckt. So, Wasserdüse! Wasserdüse! Das hier hat Robustheit, glaube ich. Egal, wir werden es nie erfahren. Oh! Viel mehr von diesen schwarzen Glanzsteinen. Stell ich mir doch direkt was her. Ich würde gerne eigentlich auch einmal zum Dorf zurückkehren. Aber ich will erst so ein weiteres Lager finden. Wo ich mich hinporten kann. Okay, ich kann abrutschen. Ich dachte, ich kann den ganzen Berg hoch. Eventuell finde ich diese Pilze ja da... In einem Wald. War ja gerade eben so ein riesiges... Waldbiom. Oh, sieh eine an! Ist das nicht euer Professor? Was macht er denn hier? Oh, ich dachte, ich käme zu spät. Als Pokémon-Professor konnte ich es mir einfach nicht entgehen lassen, diese Lidie-Pokémon mit eigenen Augen zu sehen. Das ist wohl wirklich Teil ihrer Arbeit. Gut, solange sie uns nicht in die Quere kommen, habe ich nichts dagegen. Ich habe das falsche Pokémon, oder? Die Geweih-Anhöhe. Hier bringen wir den Nachkommen des Pokémons, dem einst ihr Segen des ehrwürdigen Sinnohls zuteil wurde, unsere Gaben da. Ein Zirpurze? Das ist keiner der besagten Nachkommen. Nur ein Unruhestüffel, der für Aufruhr sorgen will. Scheinlich, vertreib es von diesem geweihten Ort. Heile vorher noch schnell an deine Pokémon. Ja, toll, dann hätte ich das ja nicht machen müssen. Ich bin bereit. My word. Dieses Pokémon ist ja riesig. Kein Wunder, dass Elite-Pokémon überall geflüchtet werden. Ganz richtig. Elite-Pokémon sind riesige und unheimlich starke Pokémon. Außer verfügen sie über besondere Attacken, die sie umso gefährlicher machen. Halt dich nicht durch und beginn mit deiner vollen Stärke. Vielleicht könnte ich mit einem Schwerwald das Galopper einfangen. Sei vorsichtig, Scheining. Durch seine immense Größe ist es schon gefährlich genug. Aber mit Sicherheit verfügt dieses Pokémon oben dahin eine gewaltige Stärke und Ausdauer. Wenn du gegen es kämpfen willst, solltest du die richtigen Pokémon dabei haben und ihnen starke Attacken beibringen. Ja, das ist ein Elite-Pokémon. Ich habe einen schon getroffen. Das hat mir den Arsch versorgt. Ja, Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020